Guten Tag, das war es schon wieder und dieses Mal ist es der Lümmel, der mit seinen neuen Level 3 Dragos hier ordentlich loslegt. Auch hier wieder ganz geschickt, links und rechts erstmal Platz gemacht und dann ab durch die Mitte mit den Dragos. Das machen die wenigsten. Viele droppen einfach auf einen Punkt und dann verteilen sich die Dragos ziemlich mies. Aber das ging ihm ganz gut. Ich glaube die L.A. ist auch nicht so die stärkste gewesen. Das sieht nach einer vieler L.A. aus. Schaut es euch an, sieht ganz ordentlich aus. Zauber hat er auch ganz gut eingesetzt. Mehr gibt es da glaube ich nicht zu sagen. Die Max werden zu Fischfutter verarbeitet. Die L.A. ist auch schnell kaputt. Also jetzt ist erlvoll und er ist schnell positioniert und ist da leichtes Spiel für den Lümmel X. Drei Sterne, sehr gut. Okay. Vielen Dank.